Töchter des Feuers, Rom Bitte, Signora Donatelli. Ohne die mürrische Antwort ihrer Vermieterin abzuwarten, führte Lena ihn ins Gebäude und eine knarrende Treppe hinauf, die in einem Zickzackmuster verlief. Was machst du hier? flüsterte Lena, als sie den Absatz im dritten Stock passierten. Sergio spähte hinunter zum Erdgeschoss, wo Signora Donatelli stand und jede seiner Bewegungen mit Argos Augen beobachtete. Er antwortete mit leiser Stimme, ich bin gekommen, um dich zu warnen. Vicente verheißt Ärger. Lena schnaubte, was du nicht sagst. Ich meine richtig schlimmen Ärger, gefährlichen Ärger. Ja, das dachte ich mir schon. Gefahr im Sinne der Mafia, habe ich recht? Sergio erstarrte bei der Frage, dann zupfte er an seinem Kragen. Ich denke, so könnte man es ausdrücken. Im obersten Stockwerk trat sie ein paar Stiefel beiseite und steckte ihren Schlüssel in die Wohnungstür. Sein Wolf wedelte mit dem Schwanz, als ihm unzählige Fantasien durch den Kopf schossen. Er könnte mit ihr spazieren gehen, Erkundungsgänge unternehmen, nach Herzenslust wandern. Aber erst musste er ihr Vertrauen erlangen. So nervös, wie sie mit dem Schlüssel vorwirkte, würde dafür einiges an Arbeit nötig sein. Endlich bekam Lena den Schlüssel ins Schloss, dann zögerte sie. Hör mal, ich weiß zu schätzen, dass du hergekommen bist und so. Er schüttelte den Kopf. Es geht nicht nur darum, auch um das neulich Nacht. Du brauchst Hilfe. Brauche ich nicht, widersprachen ihre funkelnden Augen. Gleich darauf jedoch ließ sie die Schultern hängen und schlang unbewusst die Arme um sich. Ja, sie wusste, was er meinte. Die Verwandlung oder Teilverwandlung in ihrem Fall. Wie genau lautete ihre Geschichte? Vier Stockwerke tiefer knarrte das Geländer, als sich die Vermieterin darauf lehnte, um besser zu ihnen nach oben zu sehen. Lena zauderte noch kurz, dann winkte sie Sergio in ihre Bleibe. Die sich als beengte Einzimmerwohnung mit abblätternder Farbe, einer winzigen Küchennische und Wasserflecken in einer Ecke erwies. Dafür strömte goldenes Licht durch eine Doppeltür aus Glas herein und der schmale Sims von einem Balkon draußen strotzte vor Pflanzen. Insgesamt bewegte sich die Wohnung auf einem schmalen Grat zwischen freigeistigem Charme und heruntergekommener Behausung. Lena ging zur Balkontür und blickte über die Terrakotta-Dächer. Neulich Nacht bist du zuerst ein Wolf gewesen. Ich habe mich verwandelt. Du dich auch. Naja, fast. Ich hatte den Eindruck, dass es neu für dich war. Lena brach in Gelächter aus, obwohl keinerlei Humor darin mitschwang. Das könnte man so sagen. Es ist vorher noch nie passiert. Sie schüttelte den Kopf, während sie weiter zerstreut in die Ferne blickte. Nie. Naja, jedenfalls nicht, bevor ich nach Rom gezogen bin. Sergio runzelte die Stirn und fragte sich, was die Verwandlung ausgelöst haben könnte. Die meisten Gestaltwander erlebten sie zum ersten Mal in der Pubertät. Lena musste Ende 20 bis Anfang 30 sein. Warum war es bei Lena so spät passiert? Haben dich deine Eltern nicht darauf vorbereitet? Sie schnaubte. Meine Mutter hat keine Ahnung. Was ist mit deinem Vater? Ihr Gesichtsausdruck verhärtete sich. Den habe ich nie kennengelernt. Er hatte kein Interesse an einer Familie. Wieder legte Sergio die Stirn in Falten. Die meisten Gestaltwandler standen mit inniger Hingabe zu ihren Gefährten und Sprösslingen. Was für ein erbärmlicher Schuft war der Mann, dass er seine eigene Tochter im Stich gelassen hatte. Jedenfalls, fügte sie etwas zu unbekümmert hinzu, ist er nie Teil meines Lebens gewesen. Was weißt du über ihn? Sie zuckte mit den Schultern. Genug? Vielleicht doch nicht genug. Ich bin aus dem Schultern.